Ragnar Klavan ist ein estnischer Fußballspieler. Sein Vater Djinta war ebenfalls Fußballprofi und Nationalspieler. Karriere In seiner Jugend spielte Klavan beim FC Elva und Jotka Tulevik Viljandi aus seiner Geburtsstadt. Hier schaffte er den Sprung in die erste Mannschaft und wechselte 2003 zum FC Flora Tollen. Für den er ein Jahr spielte und estnischer Meister wurde. Im August 2004 unterschrieb er einen Vertrag beim norwegischen Erstligisten Valerengalf aus Oslo, für den er ebenfalls ein Jahr aktiv war. Im August 2005 ging er in die Niederlande zu Heracles Almelo, bestritt bis 2009 95 Ligaspiele und erzielte dabei vier Tore. Von Januar bis Juni 2009 wurde er von Heracles an den AZ Alkma ausgeliehen und im Sommer desselben Jahre schließlich an diesen verkauft. Mit AZ Alkma wurde Klavan 2009 niederländischer Meister. Zur Saison 2012 Dreizehntel wechselte Klavan zum FC Augsburg. Er unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag. Sein Bundesliga-Debüt gab er am 14. September 2012 beim 0 zu 0 im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg mit Einwechslung in der 67. Spielminute für Matthias Ostscholleck. Im November 2012 wurde er als estnischer Fußballer des Jahres ausgezeichnet. In der Saison 2012 Dreizehntel bestritt er 30 Bundesligaspiele und etablierte sich in der Innenverteidigung. Darüber hinaus bestritt er zwei Spiele im DFB-Pokal, in dem der FCA im Achtelfinale am FC Bayern München scheiterte. Klavans bis zum 30. Juni 2014 datierter Vertrag wurde während der Spielzeit 2013 Vierzehntel um ein weiteres Jahr verlängert. Am 1. März 2014 erzielte er am 23. Spieltag als erster erste ein Tor in der Bundesliga im Spiel gegen Hannover 96. Klavan absolvierte in dieser Saison 30 Spiele in der Bundesliga. In der Saison 2014 Vierzehntel erreichte er mit dem FC Augsburg die Qualifikation für die Teilnahme an der Europa League. Er kam in allen 34 Spielen in der Bundesliga zum Einsatz und erzielte zwei Tore. Am 17. September 2015 absolvierte Klavan im Trikot des FC Augsburg sein erstes Spiel im Europapokal. Als er im ersten Spiel in der Gruppenphase der Europa League gegen Athletic Bilbao in der Anfangsformation stand. Der FC Augsburg traf im 16. Final auf den FC Liverpool. Nach dem Hinspiel wurde Klavan von der UEFA in einer Internetabstimmung zum Spieler der Woche gewählt. Seit 2003 ist Klavan estnischer Nationalspieler. Sein Debüt für die estnische A-Nationalmannschaft gab er am 6. September 2003 beim IM-Qualifikationsspiel gegen Bulgarien. Klavan bestritt am 27. März 2015 in der IM-Qualifikation beim 0 zu 3 gegen die Schweiz sein 100. Länderspiel. Seit geraumer Zeit führt er die Nationalmannschaft als Mannschaftskapitän auf das Feld. Erfolge Estnischer Meister 2003 Estnischer Supac-Up 2003 Norwegischer Meister 2005 Niederländischer Meister 2008-09 Estnischer Fußballer des Jahres 2012, 2014 und 2015 Privates Ragnar Klavan und seine Frau Lili wurden im August 2012 in Augsburg der Eltern eines Sohnes namens Roma. Die Familie lebt in Augsburg. 2 2 4 5 5 6 7 8 10 14 15 15